Ich muss zugeben, ich bin überhaupt nicht im Trend. Ich habe in meinem Leben bisher noch nie geraucht. Keine Zigarette, kein Joint und auch keine Shisha. Und ich bin deshalb nicht im Trend, weil Shisha-Bars ja momentan absolut gehypt werden. Überall schießen die wie Pilze aus dem Boden, vielleicht auch bei euch in der Gegend. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wie finanzieren die sich eigentlich so viele Shisha-Bars auf so engem Raum? Es gibt auch einige Rapper, die in dem ganzen Game inzwischen mitmischen. PA Sports zum Beispiel hatte bis vor kurzem eine Shisha-Bar und in einem Song hat er mal Folgendes gesagt. Wir ballern auf die Schattenwelt, ich schalte den König aus und mach ne Viertelmillionen im Jahr mit meiner Phoenix-Lounge. 400 Schleifen. Eine Viertelmillion Euro pro Jahr, nur mit einer Shisha-Bar. Kann das so funktionieren? Wie ist es generell mit diesen Shisha-Bars? Läuft da alles mit rechten Dingen zu? Oder spielt da vielleicht so was wie Geldwäsche noch eine Rolle? Wie ist es mit dem gesundheitlichen Aspekt? Was sollte man noch wissen? Alles das klären wir jetzt in dieser Folge MrWissen2Go exklusiv. Fangen wir vielleicht mal mit dem ganz Grundsätzlichen an. Was bedeutet Shisha eigentlich genau und woher kommt dieses Teil? Naja, das Wort, das stammt wohl aus dem Persischen, ist dann ins Türkische übergegangen. Shisha heißt ja Flasche. Und es gibt auch verschiedene arabische Dialekte, in denen zum Beispiel der Körper und der Schlauch als Shisha bezeichnet werden oder einzelne Bestandteile. Manchmal das Gesamte kommt immer auf den Dialekt an. Und ursprünglich stammt die Shisha wahrscheinlich, so ganz letztlich das gar nicht mehr nachvollziehen, aus dem indischen Raum und wurde gebaut mit einer Kokosnuss und einem Bambusstock. Sieht inzwischen natürlich ein bisschen anders aus und funktioniert auch ein bisschen anders. Wie denn eigentlich genau? Naja, ihr wisst ja wahrscheinlich, jede Shisha hat unten ein Wassergefäß, die Bowl. Darauf steckt ein Rauchrohr und obendrauf ist das Tappagefäß, in das logischerweise der Tapper kommt. Das wird mit einer Alufolie bedeckt und darauf kommt dann Kohle. Der Tabak wird von der heißen Kohle erhitzt und verdampft. Bei der Zigarette ist das ein bisschen anders, dort wird der Tabak direkt verbrannt. Bei dem Wasserpfeifentabak handelt es sich um einen feuchten Tabak, der aus einer Mischung aus Rottabak, Melasse und Glycerin besteht. Die Feuchtigkeit des Tabaks ist deshalb wichtig, weil nur so die heiße Kohle den Tabak in die Dampfform bringen kann, die dann durch das Saugen am Rohr inhaliert wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wasser in der Bowl. Das kühlt den Dampf und der lange Schlauch der Shisha hat auch diesen Effekt. Die Kohle, die oben verbrennt, produziert Kohlenmonoxid. Und das birgt Gefahren, weil beim Shisha-Rauchen sehr viel inhaliert werden muss. Kohlenmonoxid ist recht tückisch, denn es ist geruchslos, geschmackslos und farblos, kann aber zu vergiftungsartigen Reaktionen führen. Und das kann durchaus zum Problem werden, gerade in kleineren, schlecht belüfteten Shisha-Bars kommt es immer wieder zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Außerdem enthalten die meisten Shishas Nikotin und das, das wisst ihr, ist ein Suchtstoff, der unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann. Trotzdem hält sich nach wie vor das Gerücht, Shisha-Rauchen wäre gar nicht unbedingt ungesund. Aber ist das wirklich so? Das habe ich mal nachgefragt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Rauchen von Shisha genauso gefährlich ist wie das Rauchen von Tabakzigaretten. Beim Shisha-Rauchen entstehen zum Beispiel wesentlich mehr Nikotin als bei dem Rauchen einer Tabakzigarette. Es gibt einige Substanzen, die beim Tabakrauch von Zigaretten mehr sind als beim Tabakrauch von Shishas. Es gibt aber auch andere Stoffe, die bei Shishas wesentlich in höherer Konzentration da sind, zum Beispiel Benzol oder Kohlenmonoxid oder Ter durch die Art des Rauchens, also durch den Zusatz von Holzkohle beispielsweise. Ja, und eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt wird, ist, wie viele Zigaretten entsprechen eigentlich dem Rauchen einer Shisha? Da kursiert schon länger eine WHO-Studie, die von 100 Zigaretten am Tag spricht. Allerdings geht es da um das reine Rauchvolumen. Das kann man also jetzt nicht so wirklich als Vergleichswert heranziehen. Viel besser ist da eine Studie des Bundesamts für Risikobewertung, die mal geguckt hat, wie ist eigentlich der Cotinin-Gehalt im Urin von Menschen, die eine Shisha geraucht haben. Denn Nikotin wird im Körper zu Cotinin-Verstoff wechselt. Und bei dieser Studie kam heraus, wenn man eine Shisha am Tag raucht, dann entspricht das ungefähr dem Rauchen von 10 Zigaretten. Und wenn man alle 4 Tage eine Shisha raucht, dann entspricht das dem Rauchen von 2 Zigaretten, jeweils pro Tag. Das ist also nicht gerade wenig. Von einem gesunden Rauchen kann man definitiv nicht sprechen. Aber wie sieht es mit den Langzeitfolgen aus? Auch das wollte ich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wissen. Von den vielen Stoffen, die schädlich sind beim Tabak, kann man ein paar Gruppen rausnehmen. Eine Gruppe sind die krebserzeugenden Stoffe. Da fallen sowas wie Formaldehyd oder Benzol rein. Die sind nachweislich krebserregend. Kohlenmonoxid hat eine Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, in dem es dafür sorgt, dass das Blut weniger Sauerstoff transportieren kann. Nikotin ist eine Substanz, die bekannterweise abhängigkeitserzeugend ist. Und weitere Stoffe wie Teer, das ist ja eine Stoffgruppe, die verklebt die Lungenflügel und die Lungenbläschen. Und dadurch entstehen Lungenerkrankungen oder auch Erkrankungen der Atemwege. Jetzt will ich hier aber gar nicht einen auf Moralaposte machen. Natürlich ist Shisha-Rauchen in erster Linie ein Genuss. Der eine trinkt eben abends ein Glas Bier oder ein Glas Wein, auch wenn das nicht wirklich gesund ist. Der andere raucht abends eine Shisha zu Hause oder in einer Shisha-Bar. Und das machen immer mehr Leute. Vielleicht habt ihr das ja auch schon beobachtet. Überall in den Städten, aber inzwischen auch auf dem Land, entstehen jede Menge Shisha-Bars. Allein in Köln gibt es mehr als 200. In Städten wie Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, Hamburg ist es ähnlich. Wie viele Shisha-Bars es insgesamt in Deutschland gibt, das kann man gar nicht sagen. Zum einen, weil es da kein zentrales Register gibt. Zum anderen entstehen Shisha-Bars an der einen Stelle, an der anderen Stelle verschwinden sie wieder. Es ist also ganz schwierig, das zu überblicken. Was es gibt, ist eine Studie der DRK Gesundheit, eine Krankenversicherung, die im Jahr 2017 7000 Schülerinnen und Schüler aus 6 Bundesländern zu ihrem Shisha-Konsum befragt hat. Und dabei kam raus, in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 haben schon 22% der Jugendlichen Erfahrung mit Shisha-Rauchen gemacht. Und in der 10. Jahrgangsstufe dann sogar die Hälfte. Fast die Hälfte zumindest. Das ist eine ganze Menge. Wie ich zu Beginn des Videos gesagt habe, habe ich ja selbst noch nie geraucht, auch keine Shisha geraucht. Deshalb kann ich da schwierig, was zu sagen. Aber ich wollte einfach mal wissen von Leuten, die Shisha rauchen, warum macht ihr das? Was findet ihr so toll daran? Da kamen ein paar spannende Antworten bei rum. Ja, das ist halt ein Ort zum Entspannen. Da kann man sich nach der Arbeit mit Freunde treffen und lange sitzen. Es schmeckt halt. Man kann locker entspannen. Vor allem in einer Stadt wie Frankfurt kannst du eigentlich kaum was machen, außer irgendwo Shisha-Bar sitzen und die Shisha rauchen. Es macht einfach Spaß, in der Gruppe zu sitzen und zu rauchen. Ich bin eigentlich nicht Raucher, aber das raucht man ja auch viel weniger als Zigarette, denke ich mal. Ja, und da seht ihr, es gibt große Fans der Shishas. Jetzt kann man sagen, jo, ist ja eigentlich alles klar. Auf der einen Seite gibt es zwar gesundheitliche Risiken, auf der anderen Seite gibt es eben viele Leute, die sagen, ach, das finde ich entspannend und ich mache das ganz gern. Ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber eine große Frage, die immer noch im Raum steht, ist, warum sind Shisha-Bars denn eigentlich gerade so gehypt? Und warum ist das Shisha-Rauchen gerade so gehypt? Funktionieren Shisha-Bars tatsächlich so gut, dass in einer Straße gleich mehrere Shisha-Bars entstehen können? Oder sind da vielleicht doch illegale Geschäfte im Spiel? Geldwäsche zum Beispiel oder andere Dinge? Interessant ist auch, dass sich auffallend viele Rapper engagieren in diesem Bereich. PA Sports habe ich ja zu Beginn des Videos angesprochen. Aber auch andere Rapper sind im Shisha-Business aktiv. Zum Beispiel auch Casey Rebel, der ja gleich mehrere Rebel-Launches, wie er seine Shisha-Bars nennt, hat. Und in einem Interview hat er dazu mal Folgendes gesagt. Das ist was Cooles, das ist ein Nebenverdienst. Man braucht sich nichts vormachen. Man kann auch ganz gutes Geld da verdienen. Und wenn man seine Shisha in seiner eigenen Bar rauchen kann, ist es natürlich auch nochmal so ein anderes Prestigeding und nochmal so ein anderer Film. Ist tatsächlich das der Grund, warum gerade überall Shisha-Bars aus dem Boden sprießen? Das kann schon sein. Und ich will auch niemandem was unterstellen. Auch nicht Casey Rebel, der vermutlich ein ganz ehrbarer Geschäftsmann ist und alles richtig macht. Aber es gibt eben auch schwarze Schafe. Vor allem in zwei Bereichen. Das erste ist die Steuerhinterziehung, wenn es um die Tabaksteuer geht. Es wird massenweise illegal Wasserpfeifen-Tabak nach Deutschland geschleust über illegale Banden, die den Staat damit um große Beträge bringen. Um euch das zu veranschaulichen, mal ganz kurz zwei Vergleichswerte. Im Jahr 2013 gab es insgesamt 86 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung bei Wasserpfeifen-Tabak. Im Jahr 2017 waren es schon 147 Ermittlungsverfahren. Also eine ordentliche Steigerung. Ich habe mich mal getroffen mit der Zollbeamtin Ruth Haliti, die mir erklärt hat, welche Zusammenhänge es da gibt und warum das für den Konsumenten auch wichtig ist. Wasserpfeifen-Tabak ist ein sehr hochsteuerbarer Gegenstand. Und deswegen ist es natürlich lukrativ, den einzuschmuggeln oder aber auch hier illegal herzustellen. Aber wenn wir uns hier so mal umschauen, und zwar hatte sich da ein Clan, und das ist häufig in Clan-Hand, hatte sich eine alte Großbäckerei angemietet oder gekauft und hat dann tatsächlich Wasserpfeifen-Tabak in alten Großbäckerei-Gerätschaften hergestellt. Unversteuert und unter nicht so besonders hygienischen Bedingungen. Es waren verklebte Reste in den Maschinen, diese Bottiche waren voll, standen überall quasi rum. Also das waren Bedingungen, unter denen man eigentlich nicht wirklich etwas produziert, was ein Mensch dann inhaliert. Also es ist schon ziemlich eklig. Zum einen ist es der Preis, der einen hellhörig machen sollte. Also einer der großen arabischen Hersteller, da kostet ein Kilogramm Wasserpfeifen-Tabak auf dem deutschen Markt um die 60 Euro. Bei einem großen amerikanischen, und die Jugendlichen wissen dann wahrscheinlich auch, welcher da gemeint ist, sind es sogar um die 100 Euro. Das heißt, wenn ich das viel billiger angeboten bekomme, dann kann ich davon ausgehen, dass das Zeug illegal ist. Ja, Geldwäsche ist ein Thema in jedem Deliktsbereich. Das heißt, der Zoll stürzt sich ja nicht nur auf Wasserpfeifentabak, sondern eben auch auf Drogen oder andere illegale Geschäfte. Und man geht natürlich schon davon aus, dass es auch Geldwäsche im Wasserpfeifentabak-Bereich gibt. Für die Geldwäschermittlung speziell hat der Zoll aber auch eine Financial Intelligence Unit. Das heißt, immer dann, wenn wir den Verdacht haben, dass da was sein könnte, würden wir auch ganz nah mit diesen Leuten zusammenarbeiten, die jetzt dann eben wirklich in Sachen Geldwäsche richtig fit sind. Ja, und damit hätten wir direkt auch das zweite Problem. Das habe ich schon angesprochen, in Zusammenhang mit Shisha-Bars, nämlich Geldwäsche oder zumindest undurchsichtige Geldgeschäfte. Das gibt es immer wieder. Zum Teil lässt es sich nachweisen, zum Teil gibt es da nur einen Verdacht. Und solche Verdachtsmomente hat auch Omid immer wieder. Omid ist Geschäftsführer einer Shisha-Lounge in Frankfurt. Dort läuft alles legal, der Zoll ist regelmäßig zu Gast, ist immer alles in Ordnung bisher gewesen. Und Omid sagt, ja, solche schwarzen Schafe sind ein großes Problem. Es gibt auch immer mehr solcher schwarzen Schafe, gerade wenn Shisha-Bars nur für kurze Zeit bestehen, dann wieder schließen, dann macht an der gleichen Stelle vielleicht ein Kaffee auf oder so. Da sollte man dann immer misstrauisch werden. Und er sagt auch, solche schwarzen Schafe schaden seinem Geschäft. Sicherlich ist das so, dass wir auch im Fokus genommen werden, klar. Auch die Gäste kriegen das natürlich mit, wenn der Zoll kommt. Die klopfen selten ein. Die kommen dann einfach mit zehn Mann rein und kontrollieren natürlich alles. Meinst du, ärgert dich sowas auch, dass du sagst, wir machen hier alles legal und dann kommen so ein paar andere und ziehen das Ganze indirekt? Natürlich ärgert einen das. Aber wir können als Einzelunternehmer nicht gegen alle kämpfen. Wir können nur für uns kämpfen und gut sein, sodass unsere Kunden mit uns zufrieden sind. Was ihr wissen solltet über Shisha-Rauchen ist, erstens ist es nicht gesund, im Gegenteil. Mehr dazu unten in der Infobox. Zweitens, es gibt immer mehr Shisha-Bars. Es entstehen überall in Deutschland viele Shisha-Bars. Die arbeiten nicht alle legal. Der Zoll ist da immer wieder unterwegs. Und es ist ein wichtiges Thema für den Zoll. Und was drittens auch ganz interessant ist, Shishas spielen gerade in der deutschen Rap-Szene eine große Rolle. Finden auch immer wieder in Rap-Songs statt. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, wie ihr zum Shisha-Rauchen steht. Macht ihr das ab und zu? Warum macht ihr das? Gerne alles unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich will kein Spaßverderber sein. Es ist ein Genussmittel. Und Genussmittel müssen nicht immer gesund sein. Chips essen ist es schließlich auch nicht. Euch an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die zweite Folge von MrWissen2go exklusiv. Und natürlich seid auch ihr wieder hier gefragt. Wenn ihr Themen habt, bei denen ihr sagt, da berichtet niemand drüber, würde ich gerne mal ein Video sehen. Gerne den Vorschlag unten in die Kommentare oder per Mail. Mailadresse ist hier eingeblendet. Auch wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr z.B. Missstände aufdecken wollt, wenn ihr sagt, ich arbeite irgendwo, bekomme da was mit, das ist nicht in Ordnung, da müsste mal drüber berichtet werden. Ihr könnt uns gerne auch anonyme Hinweise machen, gar kein Problem, wir kümmern uns dann darum. Wir, das sage ich nicht, weil ich in mehreren Personen denke, sondern weil mich bei dieser Rubrik hier auf meinem Kanal Sarah unterstützt. Sarah hat dieses Video auch wieder mit mir zusammen vorbereitet. So, jetzt danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.